Oh, und Commander? Ah, ich platte das für die Gebäude weg. Ah, Flammenwaffe, die können sich wieder nicht wehren. Ach, ich lieb Flammenwaffe, die können sich immer nicht wehren gegen meine Einheiten. Na komm, macht mir halt platt. Und alles andere macht da gleich noch platt. Haben wir schon Einheiten verloren? Nein! Das läuft ja, das läuft. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, das speichern wir besser nochmal. Das läuft viel zu gut, als dass es richtig sein könnte. Gleich crasht das Spiel oder so. Ja, ich seh schon, komm. Na komm, macht mir platt. Oh, macht mir halt platt. Warum zur Hölle ist da ne Basis? Das ist doch keine Basis, das sind einfach nur Verteilungsgebäude aneinander geschraubt. Sowas hätte man heutzutage schon Basis, ey, komm. Gibt's ja wohl nicht. Was zur Hölle schießt er schon wieder auf mich? Achso, ja, die Adlerie, ja. Ja, ja, passt schon. Keine Ahnung, ja. Pfff. Mir egal, wir haben ja genug. Was ist das denn jetzt? Reparatur-Einheit fährt 5 Meter hinterher. Ist ja fast so schlau wie meine. Oh, wie sind denn der Scheiß-Fliegern schon da kommen? Ob macht mir da ein Gebäude platt? Boah, ich soll die Luftabwehr mit ins Team nehmen. Ach, wozu denn? Wie? Da war da wirklich ne Basis? Das war doch bloß Verteilungsgebäude oder war das einfach nur so... Ich blink da jetzt und... Was zur Hölle schießt jetzt noch auf mich? Oh ja, noch mehr Mörser, Raketen, was auch immer. Ja, geil. Egal, wir fahren das mal dann auf. Äh, ja, ja, ja. Vielleicht wird den Funkturm... Juckt es denn fein, wenn ich die Türme kaputt mache oder... Sind die bei dem nur mehr Dekoration als was anderes? Oh, noch ein Lenserturm? Hab ich gar nicht gesehen. Wo kommt denn der Turm her? Den haben wir doch dahin geschoben eben erst. Na, komm. Bei Einheiten schießen wir da überall hin irgendwie, aber nicht so direkt dahin, wo sie hin sollen. Hab ich ein wenig das Gefühl... Okay, das ist jetzt nichts Neues, aber... Ist mir der Zeit schon ein wenig frustrierend. Das ist gar nicht angreifend. Ja, genau. Und warum fährt die Artillerie wieder nach ganz vorne? Kann mir das mal jemand erklären? Ich mein, die müsste doch... Irgendwie ist die völlig nutzlos. Ja, und meine Panzer lösen sich grad wieder in Luft auf. Ah, geil. Oh, ja, schön. Na komm, knackt halt den Bunger. Wir können alle wieder nicht schießen, aber das ist halt... Oh, oh! Was zur... Fuck, 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 fuck. Alle, oh, oh, zurück, zurück. Habe ich was verloren, habe ich was verloren? Nein, gut. Ich habe keine Einheit verloren. Halt echt ne... Gut da, ja, aber... Pff. Hallerie ist irgendwie ein wenig scheiße. Ja, am Anfang war die besser. Was denn, hoppa, Missionsziele habe ich jetzt ganz vergessen. Muss das ja spielen. Äh, Luftschutz unterstören und VDL-Burgen. Sag ich, jetzt können wir nie vier starten. Ja, ja, weg. Also alles platt machen und einsammeln, na, alles klar. Ah, ja, richtig, da starten die... Moment, wenn die da unten starten, wieso kommen die dann von da oben? Ah, die haben da einen Heli-Hoop. Landeplatz. Was schießt da noch auf mich? Warum haben die Flachs? Ich habe doch gar keine Lufteinheit. Okay. Schauen wir mal, was können wir... Was... Oh, Commander suchen. Eins, zwei... Ah, da. Eins, zwei... Drei... Vier. So. Reparation alle mal. Komm, auf. Du baust, du baust, du baust... Bombard, komm. Keine Ahnung, wie habe ich überhaupt verloren, ne? Wie viel muss ich denn ersetzen? Äh. Hat der jetzt wirklich nur noch einen? Okay, dann... Bauch davon einfach auch... Doch, zehn Stück. Wir haben's doch. Ach, wir haben... Wir wissen gar nicht, wohin mit unserer Energie. Es ist... 3000 Dach. Da kann man ganze Kriege noch mitführen. Wieso haben die immer so beschissen, verschachtelte Basen mit so engen Zugängen? Oh, das kotzt mich schon wieder so an. Aber momentan, bin ich von hinten? Von da komme ich da rein. Oh, da hinten ist ein riesiges Tor, wo du einfach reinfahren kannst. Aber du Idiot, kommst ja von vorne. Bist du dämlich. Oh, ja, geil. Oh, ich bin die dämliche Idioten, ey. Zugewiesen an Commander. Naja, das musste mir jetzt nicht zupen. Produktion abgeschlossen. Wieso zählt das bei dem nicht? Ist das, weil es Artillerie ist, oder was? Zugewiesen an Commander. Das ist ja total scheiße. Weiß ja gar nicht, wie viel dem zugewiesen ist. Ja, das ist jetzt irgendwie... Scheiße. Äh... Ist das irgendwie... Geht nicht. Was, wieso habe ich jetzt noch zwei verloren? Auf dem Weg zurück, oder was? Na, geil. Was bauen wir? Wir bauen einmal noch... Produktion abgeschlossen. Und... Was weiß ich, Punkwasser. Bunker Buster, nicht Punk. Zugewiesen an Commander. Das werde ich mir nimmer merken. Ja, auch gut. Ich war jetzt trotzdem nur sechs zu. Warum? Darum. Fertig. Aus. Schluss. Ende. Ende Gelände. Komm, wird fertig. Dumm-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. Ja, jetzt kommt lustige Fahrstuhlmusik, meine Herren. Dame und Herren. Das... 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 Was wollte ich jetzt sagen? Keiner. Ich wollte jetzt irgendwas sagen. Hab's aber vergessen. Pech, Cap. Wollte eh keiner hören. So. Du bist... Du bist... Der da. Der da. Wie weit bist du? Oh, das dauert... Sollte alle repariert? Oh, was? Geht's ja fix hier. Fast schon. Ein bisschen. Los. Komm, komm, komm. Gib Gas. Wir haben's eilig. Geht's ja noch ein Schluck auf, oder was? Pfff, warum ist das Spiel so lang gedauert? Brauchen einfach ewig. Oh, geil. Wir haben einen Schluck auf, oder was hier? Okay, jetzt ziehen wir wieder den Krieg. Krieg, ja, wir ziehen wieder den Krieg. Ja, jetzt war Waffenstillstand und so. Alle haben einen Kirschstaffs getrunken. Ein Erdbeereis gegessen. Ach, guck, die machen wir mal schnell platt hier. Ein bisschen. Ah, schön. Von hinten, ja. Das hat was. Das hat was. Das hat schon viel Schönes gehabt. Was bist du? Was ist das? Ach, Mini-Rak... Ach so, okay. Es ist euer Mini-Raketenhalter. Wie erkennt man so schlecht? Gut, ist nur ein Bierfass drauf, ne? Wieso fährt man mit einem Bierfass in die Schlacht? Das ist doch... Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Davon wird man doch nie... Nie, nie... Äh, was ist das Gegenteil von Durst nochmal? Äh, oh, ich hab das Wort mal gewusst. Ja, davon wird man auf jeden Fall als nie, nie nicht durstig oder so. Keine Ahnung. Er wird auf jeden Fall satt davon. Nein, wir würden auch nicht. Brauchen wir ja mindestens sechs Bier oder waren es sieben? Ich glaube sieben, wenn man noch was dazu trinken wollte, oder? Äh, was erzähl ich da jetzt überhaupt für ein Unsinn? Das sind doch eh keine, ne? Das geht mir irgendwie dauernd so in den Videos, dass es nie jemanden interessiert, was ich überhaupt erzähle, oder? Oh, 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 böse. Ihr seid böse. Ach komm, ja, komm mal. Oh, wie geil ist die überhaupt nicht reagieren, wenn ich auf sie schieße. Wie geil ist das denn? Aber halt echt nicht, ne? Oh, da schießt er jetzt unseren Turm kaputt durch. Oh, ich hab jetzt Mittagspause von der Gewerkschaft so vorgeschrieben. Soll später nochmal vorbeikommen. Oh, ja, jetzt geht's, jetzt gehen sie da voll ab, ne? Ja, normal. Was? Was haben sie jetzt schon in die Luft gespringt? Hä? Einige fahren natürlich... Ein Artefakt entdeckst du. Ein Artefakt! Ich will das Artefakt! Gib mir das Artefakt. Irgendwie haut mir das überhaupt nicht rein. Mai Muss grÖßere Gruppe bauen MRN Du musst grÖßere Gruppe bauen 200m CH BrÖßere Gruppe bauen Wäre dir mal so freundlich zurückzuschießen, so in den nächsten zwei, drei Jahren. Wäre dir mal so freundlich hinter den Berg vorzukommen. Sollen wir denn da Krieg führen? Hey, ich habe eine Luftabwehr-Einheit. Ich habe zwei Luftabwehr-Einheiten dabei. Wow. Das wusste ich gar nicht. So, und jetzt mal bitte ein wenig. Bündelte. Sag mal, und so wie ziehe ich den Turm an, wenn ihr dann eh woanders hinschießt? Können wir das mal jemand erklären? Nein, dann kann ich ja gleich sagen, oh, mach doch was ihr wollt, du Fischke jetzt, was weiß ich, Bier saufen. Weil ich irgendwas mit Bier vor denen erzählt habe, genau deswegen. Boah, die geben mir Adleris sowas und auf den Sack. Ja, greif mal doch den Bunger da oben an. Äh. Moment. Also ich muss jetzt alle einzeln? Na, das ist vielleicht scheiße. Das ist echt scheiße. Oh ja, da steht der Lancer und ihr schießt auf so einen beschissenen, nutzlosen... Was machst du denn? Bist du das Wahnsinns? Alter, Vater, weg! Oh, geil! Na, das habt ihr jetzt aber geil hinbekommen. Warum, warum, was? Wo wollt ihr denn jetzt schon wieder hin? Oh, das habt ihr jetzt aber echt... Ach, nee. So irgendwas eben grün geblinkt, hä? Herrlich. Herrlich, wie sie das jetzt hinkriegt haben. Okay. Das müssen wir ja ganz anders machen. Ich brauche doch keinen weiteren Commander, das bringt doch nichts. Zwo, vier, fünf... Nein, Moment, zwo, vier, sechs... Nein, zwo, vier, fünf... Doch, passt schon. Ich bin mal wieder zu blöd zum Zählen. Zwo... Vier... Bräuchte die? Hm, bauen wir den. Passt schon. Und ihr seid nicht mehr zugewiesen. Ach, komm. Geh doch, erst mal variieren. Ich glaube, da oben muss ich noch eine Basis errichten, hä? Oder es wäre von Vorteil... Wenn ich da oben noch ein wenig so Mauer hinstelle und so. Warum? Produktion abgeschlossen. Warum fahrt ihr jetzt da runter? Warum? Produktion abgeschlossen. Was wollt ihr da unten? Hallo? Was willst du da unten, hä? Da rauf sollst du... Oh Gott. Die treiben mich auch noch irgendwann in den Wahnsinn. Ja, das ist der Wahnsinn. Oh, nein, nein. Das lassen wir jetzt lieber. Oh. Moment. Ich speichere, bevor das jetzt in einem riesen Chaos endet. Was ist das?